Was geht Leute, mein Name ist Marm, willkommen zu meinem neuen Video. Vor kurzem habe ich ein Video über Fußballer und Designer Outfits gemacht und irgendwie war dann die Nachfrage hoch, dass ich das gleiche mit Rappern mache. Und ja, heute ist der Tag gekommen, wo ich das gleiche mit Rappern mache. Kurz vorweg, bevor ich anfange, Leute, ich kann nicht immer erkennen, von welcher Marke etwas ist. Zum Beispiel, wenn ich eine Jeans sehe, das ist ein bisschen schwierig herauszufinden, von welcher Marke die ist. Deshalb entschuldigt mich, wenn ich das nicht weiß. Check mich auf Instagram ab, ich poste dort letzte Zeit öfters Fotos. Also, check das ab und abonniert mich auf YouTube, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ich werde damit beginnen, das Video. Ich werde euch fünf Outfits vorstellen, jeweils drei Rapper. Ich fange mal an mit den realsten Rappern von den drei. Und zwar ist es der Flizzy, aka Flair, aka Frank White. Flair ist ein Rapper aus Berlin. Er hat auch ein eigenes Klamottenlabel, das Maskulin heißt. Maskulin ist auch sehr erfolgreich, die verkaufen viel, habe ich so mitbekommen. Ich finde, er hat Ahnung von Mode. Er hat eine Klamottenmarke, so er muss ja irgendwo Ahnung haben in dem Bereich. Und ja, checken wir mal das erste Foto ab. Auf dem ersten Bild kriegt Flair eine Balenciaga-Jacke mit einer dunkelhell verwaschenen, zerrissenen Jeans. Er trägt noch eine Bauchtasche von Gucci. Und nicht zu vergessen, die Day-Date, Leute. Ich erkenne jetzt nicht genau, was für ein Schuh anhat. Auf jeden Fall ist das schwarz. Das ist genauso wie der Pullover unter seiner Jacke. Er hat auf jeden Fall reichlich an teuren Klamotten an auf diesem Foto. Ich feiere an seinem Outfit seine Balenciaga-Jacke. Also ich finde, die sieht richtig nice aus. Also die kostet auch echt viel Kälte. Die kostet um die 850 Euro. Ich glaube, auch die ist ausverkauft. Also hier steht ganz dick Balenciaga drauf. So ist zwar sehr plakativ, aber es sieht nice aus. Genauso wie seine Day-Date, die übrigens um die 12.000 bis 20.000 Euro kostet. Also es ist echt ein stolzer Preis für eine Uhr, muss ich sagen. Ich finde, das Outfit passt im Großen und Ganzen ganz gut zusammen. Ich würde bloß die Bauchtasche von Gucci einfach weglassen. Also hier steht ja schon ganz kurz Balenciaga drauf. Und ich finde dann auch so eine Gucci-Tasche, wo ganz dick Gucci draufsteht. So passt nicht mal zum Outfit, aber jeder für sich. Und ja, gehen wir zum nächsten Bild von Frank White. Auf dem nächsten Foto trägt Flair einen Longsleeve von Gucci. Ich glaube auch die gleiche Uhr wie auf dem vorherigen Bild. Ich bin mir gar nicht genau sicher, aber ich glaube schon. Ich kann nicht erkennen, von welcher Marke seine Jogginghose ist. Auf jeden Fall trägt er schwarze Louboutins, die ich richtig nice finde. Nur kurz zur Info, Louboutins kosten um die 800 Euro. Also sie fangen bei 800 Euro an und gehen hoch bis 2.000, 3.000 Euro. Es kommt beim Louboutin drauf an, welches Material benutzt wird. Je nachdem ist es halt teurer. Und wie gesagt Leute, der günstigste Louboutin kostet um die 745 Euro. Und das ist echt schon viel Geld für einen Sneaker. Also wirklich, das muss man sich erstmal kaufen können. Also Respekt. Mich würde es jetzt interessieren, würdest du dir einen Schuh kaufen? Für 1.000 Euro hättest du genug Geld in der Tasche. Schreib es mal in die Kommentare rein Leute. Das würde mich eigentlich interessieren. Gehen wir zum nächsten Rapper. Und zwar ist es der Balenciaga bei Ufo. Er kommt auch aus Berlin wie, glaube ich, jeder Rapper in diesem Video. Er macht, finde ich, sehr gute Musik. Und er hat auch einen Fashion-Style. Und den werden wir jetzt mal genau unter die Lupe nehmen. Und zwar bei diesem Bild hier. Er trägt auf diesem Foto den ausverkauften Balenciaga-Orm-Sweater. Er trägt eine dunkelblaue Jeans. Und zu der Jeans trägt er noch einen Gürtel von Salvatore Ferigamo. Und nicht zu vergessen trägt er noch auf dem Foto die Balenciaga Triple S und eine Rolex. Ich glaube, das ist eine Submarina oder eine GMT-Master. Ich bin mir nicht genau sicher. Ich finde, das Outfit sieht nicht schlecht aus. Aber ich werde zu diesem Outfit auf jeden Fall keine Triple S tragen. Seine Triple S haben rote Akzente, was gar nicht zu diesem Outfit passt. Generell, ich fahre Triple S gar nicht, weil die so dick aussehen. Aber das ist meine Meinung. Ich finde sein Balenciaga-Sweater richtig nice. Der ist auch überall ausverkauft, weil er so gehypt ist. Der kostet im Resale so um die 700 bis 900 Euro. Was auch viel Geld für so einen Sweater ist. Also muss ich echt sagen. Und ja, im Großen und Ganzen ist das Outfit eigentlich ganz okay. Wie gesagt, die Balenciaga Triple S würde ich einfach weglassen. Gehen wir zum nächsten Outfit. Hier trägt Ufo die ersten Off-White Vapor Max, die rauskamen. Eine schwarze Jeans, ein T-Shirt von Balenciaga und ein Rucksack von Louis V. Ich finde sein Outfit ist relativ schlicht gehalten, was ich richtig nice finde. Ich fahre seine Off-White Vapor Max. Generell finde ich, von der ganzen Nike Off-White Kollabo sehen die Vapor Max am besten aus. Vergessen wir nicht seinen Rucksack, der einfach mal 2000 Euro kostet. Also das ist echt ein stolzer Preis für einen Rucksack. Das Foto sieht auch richtig cool aus. Ich glaube, da war er in L.A. Ich finde das Outfit ist echt gut. Ich würde es genauso anziehen. Also es ist wie gesagt schlicht gehalten. Und dazu kann man eigentlich auch nicht mehr viel sagen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Rapper. Er ist auch ein Rapper aus Berlin. Checken wir mal ab, was der Bratan auf dem nächsten Foto hier trägt. Auf diesem Foto trägt der weiße Gucci-Schuh, eine hellblaue kurze Hose, einen Gucci-Gürtel, natürlich auch ein Gucci-T-Shirt, eine Gucci-Umhängetasche und eine Gucci-Cap. Und falls wir das auch nochmal mit reinzählen, seine Handicap ist natürlich auch von Gucci. Was ja auch natürlich selbstverständlich ist. Ich muss sagen, das Outfit ist richtig krass. Es passt gut zusammen. Also seine Schuhe passen zum Shirt und seine Cap zur Tasche. Ich würde das Outfit auch genauso tragen. Ich finde, das würde besser aussehen, wenn er auf diesem Foto Gucci Ace an hätte. Ich feiere die anderen nicht so besonders. Ich feiere die Gucci Ace mehr. Er hat echt krasse Klamotten an auf diesem Foto. Die kosten auch eine Menge Geld. Checkt auf jeden Fall Kapital ab. Sein Album kommt auch demnächst raus. Genauso wie Ufo. Sein Album kommt ab Freitag raus. Slayas Album ist auch von kurzem rausgekommen. Checkt auf jeden Fall die Alben ab. Und ja Leute, das war's für den Video. Schreibt mal unten in den Kommentaren, mit welchen Rappern ich als nächstes weitermachen soll. Und schreibt mal in die Kommentare noch, welches Outfit ihr am besten fandet. Wenn ihr Ufos Outfit am besten fandet, schreibt Hashtag Ufo. Wenn ihr Kapital's Outfit am besten fandet, dann schreibt Hashtag Kapital. Und wenn ihr das Outfit von Flam am meisten gefeiert habt, dann schreibt unten in den Kommentaren, Hashtag Flizzy. Und ja Leute, wie gesagt, checkt mich auf Instagram ab und abonniert mich auf YouTube. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freut mich das. Und ja, ich würde nur mal sagen, Skuss, Skuss, Skuss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.